Servus und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe heute für euch den Mizuno Morelia Neo. Es ist ein etwas seltener Schuh und kennt vielleicht nicht jeder und deshalb haben wir uns gedacht, mal ein kleines Unboxing dazu. Viel Spaß beim Schauen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020